Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Troubled in Terrorist Town heute immer wieder in einer kleinen Runde mit gerade mal 16 Leuten. Mit dabei sind Spineart, Stevie, Atterbogen, Chris Gold, Nemiko, Bleddick, Sascha, Skrawl, The Heiler, Shira, Splex, Munchkin, Lapsugar und Ruby und Sponti. Mein Name ist Flaik und ich gebe die Runde frei. Wow. Guten Abend. Guten Tag. Ich sitze hier auch an der Hauptstraße in irgendeinem kleinen Kämmerchen fest. Ich hole euch da raus. Ah ne, da oben. Da habt ihr aber noch mal raus. Doch, ah, ich hab dir nichts getan. Oh, alle durcheinander. Wir sind übrigens in einem Edel-Etablissement. Nur weil er hier ständig kursiert, heißt es gleich edel. Hier ist schon jemand gestorben, warte? Oh, Skrawl, ausnahmsweise darfst du mich nicht random killen. Geschossen. Alter, es sind hier viele Seiten. Na hier. Wow, Shira. Wenn ich wüsste, ob ich dir vertrauen kann. Oh, 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 Granate. Das ist natürlich eine gute Idee, dann geht gleich. Brubi! Ja, bitte. Brubi! Nein! Nein! WTF, WTF? Wer wird denn hier gerade alles gemacht? Hey! It's my heart. Tu mal bitte, tu mal bitte gucken, ob der Trader war oder nicht. Was? Wer ist denn? Boah, wo bist du überhaupt? Shira? Ich bin überhaupt nicht. Okay, Shira ist auf jeden Fall mein Trader. Super-Scrawl, rette die Welt. Ich hatte Schaden bekommen, weil ich hier durch diese komische Luftdruckdinge hochgeschlogen bin und dann beim runterfallen. Ich habe Splex gehört. Oh, wow. Ne, Splex war es aber nicht. Der hat einen T getötet gehabt und hat sich dann halt drüber gebeugt. Ah du, Wiese ist steh und du hä gast! Die sind Trick! Boah, ey, ganz ehrlich, Hör mir gefälligst zu, ihr Spacken, ey. Jeder der von Fleiche töten braucht mich selbst schuld. Letztes Mal möchte ich über die Map informiert werden. Ich bin hier über dieses Ding durchgelaufen und wurde einfach places cortl. Ich werde dich so töten, Sascha, in jeder einzelnen Runde. Wie geil, er eskaliert. Ja genau. Wir meinen Lapo ist in the air. Das auch. Na? Hat weh? Lai, würdest du dich mit mir zusammenschließen und Sascha töten? Sascha, ich wollte dich auffangen, ich schwöre. Können wir machen, aber ich entscheide erstmal jetzt. Gold, geh weg, ich will dich nicht sehen, obwohl. Sollen wir das Spiel spielen, Flank? Nein. Wie komm ich hier wieder raus? Ja genau. Sascha ist Trader, Sascha ist Trader mit Ansagen. Nein, ich bin Dete. Sascha ist Trader, ich töte ihn. Was ist denn hier los? Geh doch mal da. Ich glaube auch, dass Sascha Trader ist. Er tötet ihn, schnell. Bevor er noch irgendwas Dummes anstellt. Tötet ihn. Ich geh jetzt. 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 Wo ist Sascha? Oh, da ist Sascha. Oh, da ist Sascha. Oh, da ist Sascha. Oh, da ist Sascha. Oh, schön, dass ich das mit aufgenommen habe. Da muss ich erstmal dippen. Da muss ich erstmal dippen, alle reden durcheinander. Ja. Leute, da ist noch einer gestorben gerade. Ja. Einer der Detez hat sich gerade... Bleddick ist es. Da ist er nicht. FLYKE! Bleddick ist es. Und er war es. Äh. Der Lapo hat sich gerade selbst getötet. Und er war T. Aber wo ist der Detez? Und Tyler liegt hier auch tot rum. Wo ist der Detez vom Detez? Hier liegt noch einer tot rum. Sponti. Warum rennt ihr mir zu zweit hinterher? Was soll das? Sehr gut heiler, Alter. Der ist so cool. Der ist so ganz wunderschön. Warum lauft ihr mir hinterher? Das hat mich gerade eben, äh, instant gekillt. Ja, ich war auch gefragt. Du bist mir plötzlich tot zu gefahren. Wir haben eine Ecke gelaufen und tot. FLYKE! Mit welcher Begründung läufst du mir hinterher? Ja. Finde ich nicht gut. Ich bin dir schon so ca. 50 Sekunden hinterher gelaufen. Ich hab einfach mit der Heide angelegt, weil ich es einfach so lustig fand, dass er sich selber umgebracht hat. Ja. Und ich hab's halt aufgenommen. Und ich wollte es noch ein bisschen gewiesen. Und dann wollte ich ihn lassen. Die Runde gerade gestartet und er liegt schon wieder hoch. Wie eine faule Sau. Hui! Oh Gott, oh Gott. FLYKE ist vor mir. Hilfe! FLYKE! Können Sie wissen, da ist Grawl, da muss ich mich von fern halten. Wo, wo, wo? Oh, ne, ich hau ab. Oh, wie gerne hätte ich jetzt abgedrückt, FLYKE. Warte, ja, ich hab doch noch nicht meine Waffe, ich bin doch gerade erst gespawned. Oh, Splex und Katja Pornokino Nummer 6. Okay. Mensch kennst du, du zielst so. Wie, ich ziel so. Geh weg, geh weg. Oh. Du sniperst. Ich sniper, genau. Ich bin hier oben. Ich muss morgen so dumm. Ja, ich auch. Ich bin weg von Scrawl. Ich kann mir grad ne... Ah! Was seht ihr? Scrawl macht große. Ich hab gesehen. Ja. Wie komm ich hier runter? Da ist. Lapo! Da hilft mir Sascha zu töten. Wo ist Sascha? Ich steh direkt vor da nach Fresse, du. Oh Gott. Mensch gehen. Du hast die Erlaubnis, Scrawl. Habe ich wirklich die Erlaubnis? Ja, ich hab, ich hab ein Defi. Los. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich? Ja. Also wenn ich irgendwann tot bin, mein Schwerl ist es. Ja, Sascha, aber ich bin tot. Ich hab mein Wunsch zu Flex drogen. Ohhhh. Flex liegt hier tot. Komm Sascha, Rest ihn, ist okay. Hier ist ein toter Dete. Nein! Doch! Ich hab, ich hab sie getötet. Achtung. Nemiko war? Ich hab sie getötet. Boah, da hat die ja... Na Sascha? Ja? Alles klar? Chris ist es, Chris ist es. Achtung! Das ist mein Schwerl. Das ist mein Schwerl. Nicht, Herrgott. Aua, au, 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 au. Ja rennt doch hier rein, ihr Trottel. Echt. Man, ich geh'n. Ja was? Spitz through. Du ziehst immer so auf mich. Ja, weil... Also Chris Gold ist confirmed, oder was? Ach du hängst fest? Ja, Chris ist confirmed. Aber der ist schon tot. Warte, ich hau dich da raus. Okay. Komm her. Oh, gut. Lapo ist safe, oder was? Oh, falsche Taste, sorry. Ich bin Dete, ja. Oh. Die zwei Spacken hier bei mir sind auch safe. Flaig? Ja? Komm mal bitte hier hin. Ah, jetzt wirst du wieder frei. Wohin? Wo ich dich grad hingerufen habe. Ich erschieß dich gleich. Ja ey. Da hab ich Ruby als Deteleiche, aber leider... Ich hab das Medipack aufgenommen. Aber leider kein Defi. Ich würde dir das Defi dann... Das Medipack in die Hand geben. Bist du sicher, dass Flaig trusty ist? Da kann ich weiterlaufen. Flaig ist Dete. Da hab ich noch einen Traitor. Vielleicht hast du noch Münzen. Ich glaub nicht, dass der trusty ist. Ja! Auf wen schieß du Scroll? Oh! Geh da hin. Okay. Ich glaub, er könnte Munchkin sein. Guck da nach, wo ich. Weil... Scrollfumann geschossen hat. Du warst der einzige da oben. Falschaden. Falschaden, mein Freund. Ja, nee, bei Ruby war Falschaden. Ja. Bei Splex war es eine Pampe. Pampe zu jammen natürlich. Mhm. Und da oben ist Sascha. Was? Sascha lebt noch? Ja, ja, von mir. Oh. Geh da nicht rein. Ich hebs ab. Und da ist er. Ist gestorben durch E2 Arzt bei mir. Ja. Und Munchkin! Sag ich doch, dass er es ist. Oh Munchkin, ich werde dir diesen Mail-Launcher so weit hinten reinschieben. Ich hab's dir versprochen. Sind wir die letzten beiden? Hm? Was ist jetzt die Frage? Frage beantwortet. Was hier noch schön ist. Ähm. Können wir das irgendwie gut machen? Ähm. Nein! Das hat richtig gut gemacht. Und ich hab's nicht gesehen. Das hat gerade in die Ecke verschwunden. Boah, das war Fail, Alter. Das war echt richtig schlecht. Nein, das war so klar, dass das doch schief geht. Nein, das funktioniert normalerweise. Was hat er gemacht? Ich bin von oben in diese Fontäne reingesprungen. Ja. Und wollte nach unten hin abbremsen. Und dabei noch anfangen rumzuballern. Leider hat weder Teil 2 noch Teil 3 richtig funktioniert. Aber ohnehin hat geklappt. Also als Frage, wie kommt man hier raus? Ah, okay. Ja, das ohnehin hat geklappt. Draw the Doom mit seinem Karma, Alter. Was los? Ja, ja. Schon wieder dieses random killen hier. Ey, der Dete hat's mir erlaubt. 90. Ja, das ist mir doch scheißegal, ob der Dete hat. Der Dete hat das gelaufen. Und Traitor. Ah, Flagg schießt. Flagg schießt, okay. Alles klar, Flagg ist Traitor. Alter, Lappen. Geh mir nicht am Keks. Boah, Alter. Flagg, Flagg verfolgt mich. Auf wen willst du snipern? Auf dich? Na, Kampf-Snipern. Oh, Alter. Hier ist ein Toter und hier steht Chris. Oh, Vorsicht, Stili, ey. Wann halt ist das Scroll? Nee, nee, hier bin ich weg. Ich hab's geschafft, ich lebe noch. Na, Shira? Herzlichen. Herzlichen. Oh, 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 oh. Oh, Atta. Oh, äh... Oh, äh... Oh, äh... Munchkin schießt! Ja, besser! Oh, das hab ich gehört! Oh, das hab ich gehört! Wow, er ist fast tot! Ich bin doch kein Traitor, ich hab doch auf den Gegner geschossen! Schieß doch nicht auf mich! Eskalation! Ah! Ich hab Scrawl schießt! Jira, belästige mich nicht! Warum mich? Warum mich? Okay, ja dann, wenn du's so sagst, mach halt weiter! Oh, Munchkin liegt hier! Oh no! Was? Ich bin, ich bin voll ganz anders! Achso, du bist der! Ja! Oh! Hilfe! Oh! Ich wurde unsinnig berührt! Ich glaube, Shira ist gerade drauf gegangen! Ah, bestimmt weil sie Traitor ist! Lappen? Wer zieht da oben? Ach, Sascha! Was ist denn los mit euch?! Da ist Chris! Ja! Wer lebt denn loslappen? Lebt überhaupt noch jemand? Ich leb noch! WTF? Wer war das? Das war... Scheiße, ich bin mir nicht sicher, ob das Sponti gerade war! Hallo! Hallo! Ich bin Proven! Ich hab nen Traitor erlebt! Hast du? Okay, Entschuldigung! Ich habe den Scroll abgenutzt und seinen Melleluncher aufgenommen! Hört ist immer gut! Kann auch gerne zu seiner Leiche rufen! Warte mal, Shira ist glaube ich gestorben, Sponti ist safe, Lappo und Bledic und Chris! Ich bin auch safe! Weil? Warum? Ich hab nen Scroll weggemacht! Ich denke Sponti hat nen Scroll weggemacht! Du lügner! Dann lügt der Sponti! Lappo? Gehst du bitte weg? Lappo ist Traitor! 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 Wer hat denn Atabu gekehlt? War das meine Slam? Kann das sein? Ja, das war deine... Ohh man, dann warn doch! Sag doch, ich hab ne Slam installiert, dann geh ich vorsichtiger um die Ecken! Ich geh da hoch und bin plötzlich tot! Ich hab dich doch nicht mal getroffen und hab auf den hinter dich geschossen! Ja, oh das macht ja nix! Habt er trotzdem gesehen! Ja, wow! Das ist echt ein Banner, ey! Atabanisch mit mir? Hattest du mich gemacht? Nein! Hauptsache, du bist falsch getötet hier auf Bondi. Hey, da stehen zwei Deter rum, einer macht mich und keiner sagt was dazu. Ich hab ne Frage, wie komm ich hier raus? Ich bin hier gefangen! Crowbar! Ja, einfach mit dem Crowbar einschlagen. Oder durch den Vorhang gehen, ja auch den, wo du bist. Warte mal los! WTF, hier fehlen mehr Texturen, alles klar? Nein, die gehören so! Spiderman! Es geht nicht kaputt! Nein, da oben dieses Numbed-Ding! Oh, oh, oh! WTF! Alter, dieser Aufzug! Holy Shit! Ist da grad jemand auf jemanden draufgefangen? Ich traue vielleicht nicht, er verfolgt mich schon wieder. Ich bin gefangen! Was, du gar nicht? Außerdem hab ich nicht zuerst auf dich geschossen. Ja, ist aber egal. Ich bin jetzt ne Schaufensterpupp. Na warte, äh, Shira, ich glaub ich weiß, wo du bist. Scrawl, Scrawl! Guck mal! Hier, ich hab Labo und mag meine Herzen! Ah, jetzt mein Herz! Das ist jetzt nichts! Wo hast du den jetzt getötet? Ich hab den nicht getötet! Warte mal! Ich hab noch nicht mal einen Schuss abgefeuert! Weil er sehr gruselig ist! Verbangst! Scheiße, wie komm ich nicht das safe runter? Gar nicht! Bist du Traitor? Kann ich dir vertrauen? Ja, kannst du! Ich würd ihm trotzdem nicht vertrauen! Irgendeiner hat auf mich geschossen? Glaub ich? Ne, doch nicht! Ich bin alleine! Jascha? Ah! Ah, Ruby! Ah! Du bist auch verdächtig still! Geiler Ecke! Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren! Aua! 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 Irgendwas hat mich durch die Gegend geballert! Das war ne Bombe, glaub ich! Ja, Shira ist tot! Aber ich hab keinen Schaden genommen! Ruby ist schwer verwundet! Ja! Naja! Okay, gelb ist er aber! Da liegt der Atta oben! Oh nein! Boah! Strahl! Ich glaub Ruby ist jetzt tot! Noch nicht! Nein! Hast du grad den Orbison-Friendship-Beam geschossen? Ja! Wahrscheinlich! Wenn ich tot bin, ist es Atta! Ich schieße, ey! Als innerer schieße ich keiner! Immer noch! Ähm! Munchkin! Ja! Was tust du da? Munchkinis! Oh! Munchkinis! Oh! 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 Der schlippt doch so laut! Alter! Bäm! Ich hab ihn! Ich weiß nicht, dass er dummste Steintasten geholt! Na, Alter? Gleich geh weg von mir! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht sterben! Da liegt noch jemand Unidentifiziertes! Nein! Dann komm auf zu kuscheln! Lass mich in Ruhe! Ich kuschle aber gern mit dir! Ich würd da jetzt gerne hingehen, aber dann sterre ich! Richtig! Hä? Warum sagst du richtig? Ach, den Rappel vom Scroll habe ich bekommen! Hat er! Ja, dann kannst du die eine Leiche identifizieren gehen! Wo ist die? Ähm, ähm... Hier hinten auf der mittleren Ebene, wenn du nach links guckst, da... Wo die Bilder an der Wand sind! Links von dir! Vorsicht! Hinter dir kommt Ruby! Nein, ich bin safe! Nein! Von auch nicht! Ähm... Das war... It's Mine Arts! It's Mine Arts! Okay! Also wenn ich das richtig sehe... So, das wird lebt wieder! Also ich... Dankeschön! Ähm... Und Nemeko lebt auch! Noch wieder! Atta ist... Atta hat Nemeko wiederbelebt! Ja! Äh... Da unten? Wer liegt da? Na, wer steht da hinten? Ach! Alter! Was war das für eine Runde? Ich nehme die Poisoned AWP, geb jemandem einen Kopfschuss und der Kerl läuft einfach weiter! Wagt lieber mal zuvor! Was ist das? Oder die Ruby? Ja! Kann es sein, dass das Jumphead krasser ist als vorher? Ich stand da oben drauf und hab gedacht, alles klar, jetzt wechselst du schnell zur Ding! Zur... Zur AW... Ne, zur AWP... Quatsch, zur AWP... Zu der Rifle! Oh, ich bin schon wieder hier dran! Dann hab ich... Dann hab ich die Rifle... Warte, Robi! Diesmal kann ich dir helfen! Und dann hab ich mir gedacht, alles klar... Gute Taster schnell rüber! Nein! Doch! Oben neben dem Fenster! Wenn du vor dem Fenster stehst! Oben rechts siehst du das! Da musst du einmal E draufklicken und dann öffnet sich diese Rollladung! So ein kleines Tastenschild! Ich will nicht in den Overtür einschlagen! Wenn du mich erschossen hast, schon, ja! Glück ist total! Alle durcheinander! Oh Gott, da liegt schon eine Leiche! Auf, Like! Nein, 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 nein! Aua, aua, aua! Mach keine Späßchen! Uah! Oh, okay! Hallo, Mann! Ich hab den Knie! Ich hab den Knie! Ich hab das Gefühl, ich hab den Kriege! Ich hab den Knie! Ich würd behaupten Solarium, oder? Ja! Maximal 15 Minuten! Maximal 15 Minuten! Ich hab den Knie! 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 Was war das? Ein Headcrap Launcher war das. Ist der benutzt worden? Das sieht man bei der Waffe nicht. Ach so, ach ja, stimmt. Ja, dann bitte pack sie weg. Du machst mich nervös. Okay. Na, Flaik ist! Ich fuhre mir ein bisschen an Shira raus. Du machst mich nervös. Du machst mich nervös, Mama. Wow. Flaik? Okay, Flaik ist. Wir müssen schnell weggehen hier. Ja scheißvieh, ich werde doch alle arbeiten. Weg, 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 da kommen die Headcrap. Renn! Scheißvieh. Da ist noch einer. So, weg mit dir. Der Abflug von Munchkin wird so geil. Diese Map ist so scheiße. Die Katapulte sind irgendwie stärker als früher. Irgendwas ist kaputt. Normalerweise konnte man die benutzen, um auf höhere Ebenen zu kommen. Flaik, du bist ein Arsch. Und das gibt Rache. Also ich hab vielleicht gerade die One-Hitted. Leute, wer hat denn Buddy Boom gelegt? Hat ja nichts damit zu tun, dass er ein Arsch ist. Hey, jetzt klaut mir der Stevie die Munition, ich glaube es hackt. Hier gibt es keinen Sniper. Doch, hier gibt es Sniper. Aber nicht für mich, warum nicht? Nein, Bledek, ich weiß auch nicht. Weil Schere, Messer, Graben und Licht sind für böse Scrollies nichts. Aber ich bin ein liebes Scrollie. Meinst du? Nein, bist du nicht. Niemals. Warum? Ich mach jetzt den Sascha. Was? Ich warte jetzt drauf, dass Flyke einen Fehler macht. Oh, Hata, senkt dir neue Witze aus. Hey, 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 hey. Layton, Flyke schießt. Was? Wir müssen zusammenhalten. Ich hab mich geschrocken, Alter. Okay. Oh, Headshot. Also mit der... Ich glaube, dieses Game werde ich nicht mehr Trader. Ah, der Flyke ist hinter mir. Ich glaube, ich tut nicht. Töte ihn, Lapo, er ist Trader. Nein, kann ich nicht. Das könnte unter Umständen auch unsere letzte Runde sein. Hallo, mit dem Brust kannst du auch nicht aufnehmen. Hast vergessen. Hallo. Mit Demut kannst du dich blasen. Hallo, Ruby. Hi. Bitte was? Hata? Da? Da denk ich nicht. Ich schieße gerade die ganzen Nacht die Folie ab. Ne! Warum? Waliska! Hinten, Dick. Sascha schießt. Was? Ich bin Sito und hab nicht geschossen. Wer schießt denn hier hinten? Irgendwo hier hinten schießt einer. Oh! Nein! Wo ist der Strahl? Ich sehe nicht. Ach, da ist er. Außerhalb der Map, aber fast außerhalb der Map. Mann, war der schlecht platziert. Ja. Wo? Da muss der Heiler gewesen sein. Nein. Der Heiler ist für zwei. Nein! Wow! Shira ist! Hab sie! Ah! Und? Blattig wurde auch. Oh, Steve! Ja, Halt! Warum steht's auch n' Dete? Weil ich gucken wollte, wer da steht's? Das sind so schlug du nebst auch noch. Ist mein Arzt, ist es? Äh, hier, Dings. Ähm. Oh, er ist letztlich. Achso, Heiler. Sorry! Ruby? Ja, sorry. Soll ich dich heilen? Weil ich hab dich angeschossen. Jo. Wäre nett. Na ja, Rennen aufdrücken. Du hast dich grad selber. Also, ich seh nur, ich seh nur einen blauen Punkt und drei grüne. Ne? Habt ihr das gehört, Dete? Was denn? Blacks. Ich seh nur einen blauen Punkt und drei grüne. Eben, war mit... Es mein Arzt hab ich eben, äh, gesehen. Der hat irgendeinen weggemacht. Und ich hab ihn aber nicht wirklich getroffen. Weißt du, ich hab keine Muni mehr. Ach, er hat Messer in der Hand, Chris Gold ist wieder! Okay. Ist weg. Ein grüner, ein blauer. Ich muss nochmal abwarten, bis er aktualisiert hat. Warten wir doch nochmal kurz, paar Sekündchen. Noch vier Sekunden. Merv, mach das ruhig. Oh, sehr schön. Ohne zu zögern. Vielleicht, was meinst du? Ähm, in der ersten Runde, wo ich, äh, mit dabei war, liefst du mit dem Messer um. Keiner hat's gerafft. Keiner hat's geachtet. Und ich wusste... Keiner hat ihn gesehen. Ja, Rune wohnt von... Ne, die vermittelt sich die Gruppe damals. Bei Rune war kein Fass-Party. Bei Rune war kein Fass-Party. Ich hab geguckt, da war keine Ja. Mhm. Ich kann nicht nehmen. Weil ich sie, wo ich mich entschulde. Ohnein. Ohnein. Let's zone. Der hätte ich nicht machen dürfen, eigentlich. Schieß... Nein! Ich schluss, du machst nur eins schon mit der Hund. Ich bin tot. Oh, jetzt ist die letzte Runde. Der hat da gefällt. Boah, das kippt. Boah, das kippt. Mein Arzt. Hey, bleddy. Hallo, wir sind im Preparing. Ach so, ja. Du eskalierst sofort. Ahhhh. Schon wieder. Ja, die Pantlage. Ja, die Pantlage. Das brauchst du nicht häufig dafür. Oh, oh. Oh, das... Wow. Ach da. Munchkin? Ja, ja. Was ist das? Bewegt dich bitte. Ich sag's dir, Chris. Das ist gefährlich. Neben dir liegen Fässer. Ich sag's nur. Da sind sie ruhig. Ich hol's mir auch. Ich hol gerade einen Abtritt. Hier. Komm ich denn von diesem blöden Haus runter? Jedes Mal. Hatta, ich hab's auch. Du musst doch nicht einmal ganz hinten rum gehen. Leider. Der direkte Weg ist eine gerade nach unten. Leider. Obwohl... Das ist doch... Das ist doch... Würde ich doch kennen. Niko, Alter. Was ist das denn? Du wolltest dein Wetter gesehen. Ich glaub Niko ist gerade rum gefallen. What the fuck. Wer ist gerade rum gefallen? Wer? Wer ist rum gefallen? Oh ja, Chira ist tot. Niko, Nemo. Ja, aber ich glaube Nemo. Niko, Nemo. Ne, Nemo. Da flackst du nicht. Ich lebe doch. Echt? Flyg? Nein, ich war das nicht. Guck dir bei den Flöcken fallen Schuss. Ja, es kam von rechts hin. Ja, es kam von rechts hin. Silenced AWP auf jeden Fall. Ah! Leute, ich hab hier noch jemand rum gefallen. Wo? Wo fallen die denn die Nacht um? Leute, der schießt hier oben, 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 nach euch. Flygt hier auf euch. Flygt hier auf euch. Ich war's nicht, mein Kind. Ich hab nicht geschossen. Sonst würde ich doch längst wieder schießen. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab's wirklich nicht gemacht. Ich hab's euch nicht eingeschossen. Ich hab's euch nicht eingeschossen. Nein. Ich war's wirklich nicht. Alter, ich krieg's schon Eis. Tötet ihn. Ah, nein. Ruby schießt. Er war Traitor. Ich hab auf ihn gesossen. Wir schießt, wir schießt auf ihn. Sascha schießt. Er war Traitor. Shira? Shira ist tot. Waffe? Wer ist denn jetzt Traitor? Weiß jemand, irgendjemand mit Sicherheit? Ne. Ne. War doch, oder? Hallo. Was? Der schnippert. Ey, Flyg. Hallo? Ja, hallo. Könntest du aufhören, auf mich zu schießen? Das wäre sehr freundlich. Ah, nein. Nächste Runde. Hör ich gerne auf. Ah, nein. Geh weg. Da, da ist mein Geh. Töt ihn. Ich geh dann mal. Bleib doch hier bei mir. Nein. Ich kann nicht heilen. Ja, aber er kommt gleich und ich hab Angst. Ne, ich bin schon wieder ganz woanders. Ne, ich glaub ich hab noch gerade gesehen. Ich glaub ich hab noch gerade gesehen. Ich glaub ich wurde geschossen. Geschossen wurde auf mich schon wieder. Kurz hier in LKW reingehen. Da ist er ja hin. Genau, erklär ihm noch ganz genau wo wir sind. Ja. Kriegt er, kriegt er ne Schrotz, äh, Schottkant? Ne, äh, wer ist hier? Ah! Schießt er auf mich! Oh. Ups. Da fehlt ein Stiefloch, mit dem muss man eigentlich ein bisschen aufpassen. Wer ist noch am Leben? Ich? Hallo? Hallo? Oh. Wir müssen uns zusammentun. Wir dürfen nicht sterben. Ups. Wie, bist du tot? Ich hab sie irgendwie aus Versehen getötet. Aus Versehen, ja! Oh, da liegt ja noch jemand. Stevie, mein Freund. Wie bist du gestorben? Oh, ich hab dich erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich hab jetzt gerade ein bisschen Schiss, ne? Muss ich erst zugeben? Ach, komm. Wir tun uns jetzt zusammen und dann jagen wir den Rest, okay? Okay. Wer bist du überhaupt? Warte mal. Du bist vielleicht, ne? Ja. Ich war safe. Ich hab drei Traitor getötet. Ja, okay. Ah, hier, hier, hier! Scheiße! Schießt nicht auf mich, Digas. Also, ich glaub, Shira ist Traitor. Jaja. Das ist, das ist so ein richtig, richtig, äh, Rabauke. Rabauke-mäßig, weißt du? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich? Na ja, da zweifle ich an dir auch nicht, ne? Boah! Also, ich sehe was, was du nicht siehst. Äh, ich muss aufpassen, während ich hier rumlaufe. Mach's gleich wieder. Ach, boah! Boah, ey, Shira! Du machst uns das Leben schwer. Du machst uns das Leben schwer. Oh nein! Nein! Fira! Ich wusste genau, wer es war, nachdem Flyte mich umgelegt hat. Ohne will. Ich wusste genau, genau das ganze Team! Und es wird keiner geretzt! Ich belebe als Deta wieder! Ich belebe als Deta wieder! Ich belebe als Deta wieder! Flyte! Mach mal! Flyte! Abboni! Das war's wieder mal mit einer Runde Traveling Terrorist Town mit der Geo Community & Friends. Wir danken fürs Zuschauen! Lasst doch einen Kommentar da! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Tschüss!